Greifswald TV, besser lokal informiert. Ulrich Rose schließt Antiquariatsbuchhandlung. Nach 17-jährigem Bestehen entscheidet sich Dr. Ulrich Rose, sein Antiquariat in der Steinbeckerstraße 20 zu schließen. Dies gab er in dieser Woche über seinen Blog bekannt. Am Freitag öffnete Dr. Ulrich Rose sein Ladenlokal zum letzten Mal. Das Buchgeschäft verlagert sich immer mehr auf das Internet. Mit der Schließung des Ladens reagiert Rose auf diese Veränderung. Es hat ja am Anfang des Antiquariats sehr, sehr viele Menschen gegeben, die ihre Bücher gesucht haben. Das ist aber kontinuierlich weniger geworden. Und gerade so in den letzten zwei Jahren, oder sagen wir mal zweieinhalb Jahren, hat es einen ziemlich steilen Bergabweg genommen, bis hin dazu, dass kaum noch irgendwie Umsatz zu verzeichnen war. Und irgendwann ist es dann so, dass man auf andere Arten und Weisen dann einfach sein Geld verdienen muss, als dass man das im Laden tut. Und wenn keins hineingetragen wird, kann man keins verdienen. Rose wird sich nun auf den Versandhandel beschränken. Seinen Kunden steht er weiterhin als Antiquar und Buchhändler unter bekannter Telefonnummer und E-Mail-Adresse zur Verfügung. Die Auslieferung soll entweder persönlich oder per Post erfolgen. Ab dem 15. November wird in die Steinbeckerstraße 20 dann der Kreisverband und Kreistagsfraktion der Grünen sowie die Grüne Jugend einziehen.